Musik Wir hören Radio Radio 3, die Stimme der Anden aus Quito, der Hauptstadt Ecuador. Musik 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 Willkommen zu den Test-Sendungen von Radio HCJM über die Klasse-Werkart vom Wendestandort Kahn in Deutschland. Wir senden von 6 bis 10 und von 17 bis 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf der Frequenz 3.995 kHz. Sie wünschen Ihnen einen guten Empfang. Musik 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 Herzlich Willkommen bei Radio HCJM, die Stimme der Anden aus Quito in Ecuador. Wir hören die Sendung mal unter der Äquator-Hunde. Am Mikrofon verbunden die Tragos sehr furchtfreundlich, dass Sie mit dabei sind. In der heutigen Sendung gibt es eine verkürzte Lateinamerika-Umschau, und in dem zweiten Teil eines Gesprächs mit zwei Gästen aus Deutschland geht es heute noch einmal um eine ganz wichtige Arbeit hier in Quito, bei der Mädchen und jungen Frauen in spannenden Lebenssituationen im Gipfel stehen. Musik 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 Vielen Dank.